Hallo, ich bin's der Alex. Mit dem Power-Check von Ott Jakob könnt ihr ganz einfach und unkompliziert die Einzugskraft von Spannsystemen überprüfen. Für die Einzugskraftmessung benötigt ihr das Basisgerät und den passenden Adapter dazu. Im heutigen Fall haben wir eine HSK 63 Schnittstelle. Das bedeutet, wir brauchen das Basisgerät mit dem Messbereich 10 bis 75 Kilo Newton und den passenden Adapter dazu. Der Adapter wird ganz einfach aufgeschraubt. Wichtig dabei ist, dass das innere Zugstück fest sitzt. Das äußere Druckstück muss frei beweglich sein. Mit der Verstellhülse können Werkzeugtoleranzen simuliert werden. Wichtig ist bei der Standardmessung, dass wir bei der Ausgangslage bleiben. Über den Mini-USB-Anschluss könnt ihr das Gerät aufladen, Messergebnisse auslesen und weitere Einstellungen über die Software vornehmen. Die entsprechende Software findet ihr in unserer Infothek. Nach dem Einschalten sehen wir kurz eine Balkenanzeige für den Batterieladezustand. Anschließend ist das Gerät betriebsbereit. Das Messergebnis wird auf dem Display angezeigt. Für eine erneute Messung kurz den Clear-Button drücken. Dabei wird das Messergebnis abgespeichert. Zum Ausschalten des Geräts einfach für 2 Sekunden den Clear-Button drücken und das Gerät schaltet sich aus. Weitere Videos findet ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auch in unserer Infothek.